Zehn gute Gründe fürs Vorlesen und wie man selbst ehrenamtlicher Vorleser oder Vorleserin werden kann, das erfahren Sie auf unserer Online-Seite brisant.de. Klicken Sie einfach mal rein. Und jetzt wird es prominent bei uns. Unter anderem feiern wir das Album Thriller von Michael Jackson. Mehr dazu. Doch zunächst bleiben wir in Deutschland. Erst feierte sie Erfolge auf dem Eis, dann als Schauspielerin. Das Thema Druck kennt sie, kennt Tanja Shevchenko, nur zu genau. Immer funktionieren zu müssen, immer auf Knopfdruck Leistung bringen und nie zeigen, Mann, mir geht es echt nicht gut. Und ihr ging es auch eine Zeit lang absolut nicht gut. Sie hat jetzt eine Familie mit Mann und Kindern. Doch der Weg dahin war sehr schwer. Sie hatte mehrere Fehlgeburten. Viele reden da überhaupt nicht drüber. Sie schon. Denn sie findet, das Thema Fehlgeburt soll kein Tabuthema sein.